Der FC Augsburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Dirk Schuster. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Pflichtspielen und gerade einmal 14 Punkten nach 14 Spieltagen zog der Verein nun die Reißleine und beurlaubte den 48-Jährigen sowie zwei seiner Co-Trainer. Von Seiten des FC Augsburg heißt es, es habe unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Ausrichtung und die Art und Weise, wie der FCA Fußball spielen will, geherrscht. Nachfolger wird Manuel Baum, der bisher als Cheftrainer des Augsburger Nachwuchses verantwortlich war.